Coole Websites, wenn euch langweilig ist. Nummer 1, Webcam Age. Hier versucht eine künstliche Intelligenz über die Webcam euer Alter zu erraten. Ich wurde einfach auf 26 geschätzt. Nummer 2, Drawing Garden. Hier könnt ihr mit eurem Mauszeiger Sachen auf ein Feld pflanzen. Die Texturen sind einfach zufällige Pflanzen- und Baum-Emojis.